Hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Heute geht es um den Ton in deinem Ohr, um das Geräusch in deinem Ohr. Man sagt, habe ich vorhin mal nachgelesen, dass die meisten Tinnitusprobleme aus dem Ohr kommen. Komischerweise findet man da meistens aber nichts. Andere Erkrankungen können natürlich auch zu Tinnitus führen, aber anhand der Zahlen und anhand der Behandlungsmöglichkeiten ist das nicht wirklich relevant für dieses Video. Es geht um die Ohrgeräusche, um den Tinnitus, den man eben nicht behandeln kann, weil er eben nicht aus dem Ohr kommt. Man hört es im Ohr vielleicht, beziehungsweise die Schallwellen werden dann im Hirn verarbeitet und so weiter und so fort. Das ist nicht meine Welt. Dafür gibt es HNO-Ärzte, Fachspezialisten. Aber, wie ich schon gesagt habe, die Definitionen, die Unterteilungen, das was da steht, Ursache, Möglichkeiten, Behandlungen, Risikofaktoren, Begleiterkrankungen und so weiter, ist super dargestellt. Aber, man sollte sie nicht täuschen lassen, eine Therapie haben sie nicht wirklich parat. Denn, das Ohrgeräusch kommt meistens nicht aus dem Ohr. Es gibt viele Möglichkeiten natürlich. Es gibt aufgrund von Bluthochdruck, aufgrund von Halswirbelsäulenbeschwerden, aufgrund von Nervenblockaden und so weiter und so fort. Doch es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Wie ich es in dem Video über den Teekessel schon gesagt habe, wenn der Stress zu hoch wird, wenn der Druck im Kopf zu hoch wird, wenn die Belastung des Menschen zu hoch wird, dann entsteht wie bei einem Teekessel, könnte ich das Video dazu nochmal anschauen, ein Geräusch, das sagt Pssscht, fertig. Es gibt natürlich auch andere Geräusche. Aber dieses ist ein sehr belastendes Geräusch, das Menschen zermürben kann, richtig psychisch fertig machen kann, weil es ein sehr anstrengender Ton ist. Und Lösungen hat man nicht, weil man nicht hinguckt oder weil man nicht hinhört. Und das sagt, Herr Doktor, kann es auch von meinem Stress kommen, kann es auch von meinen Sorgenproblemen kommen. Ja, Tinnitus kann da kommen, aber die Lösung ist trotzdem nicht gegeben. Nicht umsonst gibt es eine Tinnitus-Liga, eben weil es Menschen gibt, die keine Lösung haben, die keine Behandlungsmöglichkeiten sehen oder bei denen nichts geholfen hat. Und eben, weil die Thematik nicht aus dem Ohr primär kommt, auch nicht immer von den Begleiterkrankungen, Bluthochdruck und solche Geschichten, sondern diese sind ja auch nur Symptomatiken einer anderen Ursache. Und man könnte auch fragen, neben dem Stress, was möchte man nicht hören? Oder welche Aussagen, Themen dringen immer wieder an mein Ohr und das nervt mich dermaßen, dass ich lieber ein Geräusch im Ohr habe, um das nicht hören zu müssen. Bei einigen Tinnitus-Arten hat man nämlich auch Hörverlust noch mit dabei, nicht bei allen. Ja, kann man gut austesten, aber wie gesagt, der Mensch braucht eine Lösung. Eine Möglichkeit wäre eben das seelisch-geistige Thema, psychische Thema, was nervt mich im Leben, was will ich nicht hören und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich auch noch feinstoffliche Ohren, könnte man sagen, energetische Ohren. Diese kann man trainieren, beüben, dass einfach die Energie wieder fließt, weil wenn das Ohr nicht mit Energie versorgt wird, wie soll es dann hören können? Wie soll es dann eine Balance bekommen? Man denkt immer, ah, das wird natürlich Blut versorgt, dann hat man diese Härchen im Ohr und dies und das. Aber wir haben nun mal auch, das kann man glaube ich gar nicht mehr leugnen, einen Energiekörper. Man kann es natürlich auch nicht messen mit normalen schulmedizinischen Methoden. Und so haben wir auch ein energetisches Ohren, wenn wir dort die Energie fokussieren und bearbeiten, beleben, dann wäre die Möglichkeit gegeben, dort etwas zu verändern. In der chinesischen Medizin hängen die Ohren mit den Nieren zusammen. Schauen wir fast so aus. Somit könnte man hier gucken, was da los ist. Dieser Pfeifton hängt mit der energetischen Leber zusammen. Was frisst mir an der Leber? Welche Läuse laufen über die Leber? Was nervt mich, frustriert mich so, dass sich so ein aggressives Potenzial im Inneren entwickelt, dass es mich zermürbt? Und das ist eben die Kunst der Heilkunde, die viel mehr Möglichkeiten hat. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, über Akupunktur und Tinnitus. Also es gibt Möglichkeiten. Man muss sich da nicht von Arzt zu Arzt winden, sondern man sollte mal hingucken bzw. hinhören. Wenn jemand sagt, man kann nichts tun. Und wenn ich nichts finde, kann ich klar nichts tun. Aber es gibt Menschen, die können was tun. Und das ist die Kunst. Das Ego loszulassen und die Patienten woanders hinzuschicken. Nun, ist natürlich im Grunde, so sehe ich das, die Aufgabe des Menschen selber. Wenn man natürlich der Schulmedizin vertraut, denkt, die wissen alles, die können alles, dann kann man den Menschen ja nicht wirklich überreden, was anderes zu tun, sondern man muss erkennen, hey, ich komme nicht vorwärts, die können mir nicht helfen, ich muss woanders gucken. Und das Internet ist natürlich voll von Möglichkeiten, was man tun kann. Natürlich auch gibt es Scharlatane, aber es gibt Möglichkeiten. Und das Wichtigste in jeder Therapie, egal was es ist, ist immer zu schauen als Patientin, als Patient, was habe ich damit zu tun? Was hat mein Leben mit dieser Erkrankung zu tun, mit diesen Themen? Und hinhören. Manche Dinge, wie gesagt, kann man nicht mehr hören, manche Dinge will man nicht hören. Du solltest weniger arbeiten, lieber Mann. Oh, ich kann das nicht mehr mit anhören. Das ist so ein Stresspotenzial. Und dann pfeift das Ohr. Oder, ah, ich habe gerade so ein Geräusch im Ohr, ich kann dich leider nicht verstehen. Und solche Dinge gibt es natürlich auch. Und das muss man eben rausfinden, weil es gibt ja immer viele Möglichkeiten. Auf der medizinischen Ebene habe ich ein körperliches, materielles Problem. Habe ich natürlich vielleicht auch im Umfeld energetische Themen wie, ja, so Elektrosmog und Computern, die die Energie blockieren oder halt diese Energiegitter, Currygitter oder wie sie heißen. Das gehört alles auch dazu. Und besonders wichtig, und das ist eines der wichtigsten Themen heutzutage, ist eben die psychische Belastung und der psychische Zustand der Menschen. Und wenn man da guckt, wie müsste ich mein Leben verändern? Es gibt auch gute Yoga-Übungen für Tinnitus, für Ohren. Man kann immer was machen. Doch wenn man eben nichts sucht, findet man nichts. Wenn man natürlich zu stark sucht, zu viel sucht, dann findet man es auch nicht. Ihr kennt mich ja fast schon, wie ich darüber denke. Und somit kommt Tinnitus nicht immer da, wo es ist. Ist ja auch nur ein Symptom. Denn wie gesagt, die Schulmedizin findet oft nichts. Somit ist materiell, körperlich nichts defekt. Und man kann was tun. Und das ist ja das Schöne. Wenn nichts kaputt ist, materiell, dann kann man immer was tun. Wenn natürlich das Ohr abgerissen ist, kann ich nichts mehr sagen. Ah, deine Seele. Ja, kann man schon. Aber es würde nicht viel Sinn im Moment machen. Das Ohr muss dann angeklebt werden oder so. Und es ist wie immer des Menschen eigenes, was tun zu wollen. Manche können nichts tun, warum auch immer, sind vielleicht so gefangen in ihrem Muster, der Stintinitus. Vielleicht ist es für manche auch ein Krankheitsgewinn. Ach, jetzt kann ich das nicht mehr hören. Ach, ich höre nicht mehr so gut. Jetzt kann ich diese Tätigkeit nicht mehr machen, weil ich höre nicht so gut. Krankheitsgewinn. Gibt es auch ein extra Video von mir, dass man diese Thematik braucht. Und so haben wir hier schon einige Möglichkeiten. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Oder kommt in die Praxis vorbei. Gerne in Nürnberg. Und ansonsten einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, je nachdem wann ihr das Video anschaut. Und bis bald. Ciao, ciao.